Hallo Leute und willkommen bei einem Infovideo. Ja, ihr habt gesehen, so meine letzten Videos, was ich hochgeladen war, waren etwas durcheinander. Mal Hobo, mal Fighting Force, mal Slender, mal weiß es nicht was. Ja, und da ich wieder eine Ordnung reinbringen will, weil, ähm, werde ich erstmal das paar Sachen abbeiseite stellen, zum Beispiel Fighting Force, davon werde ich jetzt erstmal noch keine Videos mehr hochladen, weil, also nicht weil das Spiel scheiße ist, mir macht es ziemlich Bock, das zu let's playen, aber, ähm, wie soll ich sagen, ähm, der Emulator spinnt irgendwie immer rum, ihr habt ja, glaube ich, schon mal bei dem Part gesehen, dass irgendwie der Sound ausgeht auf einmal und sowas und das ist gerade so, dass der Sound mittendrin, also gespeichert hat, wo der Sound aus ist und das ist für mich einfach unenträglich, was zu spielen, wo nichts kommt, kein Sound, gar nichts, das ist ganz schlimm und ich kriege das irgendwie nicht hin und da muss ich erstmal schauen. Ja, Mike and Magic, 6 werde ich auch erstmal beiseite stellen, ich kriege in 2-3 Wochen gut besseres Internet, das heißt, ich werde es dann besser hochladen können und dann fange ich wieder an, Mike and Magic hochzuladen. Was ich jetzt vorhabe zu machen, wären erstens mal, The Binding of Isaac, das Add-on, das Wrath of the Lamp oder wie das heißt, werde ich hochladen und noch ein Horror-Mod von Half-Life und zwar, äh, Gray, werde ich hochladen und vielleicht, vielleicht auch Hobo, aber das ist jetzt erstens mal so das, was ich hochladen werde, meine Projekte, die ich jetzt hochladen würde und ja, dann würde ich sagen, ihr wisst jetzt, wie es aussieht und wir werden uns dann das nächste Mal bei einem Let's Play sehen. Bis dann, Leute. Ciao.